7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 **Musik** ... Ich bin in Bayernheim, das ist eine hohe Ozark-Kommer, das ist Tradition. Ich hoffe natürlich, dass ihr uns weiter unterstützt und immer wieder kommt zum Ozark. Liebe Gäste, an Sie aufkommen, ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute so zahlreich da sind und dass Sie uns auch die nächsten Tage immer wieder begrüßen werden. Und wir freuen uns mit der Frau Sipplinger, einer der Besten in Bayern, und auch mal hier im Sonderapplaus. Vielen Dank.